So, es ist wieder soweit. Ich hab ein bisschen Zeit und ich spiel wieder ein bisschen Test Drive. Kann man das sehen? Nicht so wirklich, ne? Das Spiel hier. Ah, ich liebe es. Ich liebe es. Was machen wir denn mal? Ich glaube, wir machen das. Gier nach Freiheit. Guten Tag. Guten Tag. Meine Staschen. Guten Tag. Keine Zeit. Lass mich durch. Oh, das wird knapp. Rot. Scheißegal. Oh, das schaffe ich. Oh, das schaffe ich nicht. Oh, und auch noch eine Bullenkarre. Oh, wie viel Glück kann man da haben? Nein. Nein. Scheiße. Ja, genau. Alter. Mann. Muss man nochmal fahren. So ein Blödsinn hier. Die Karre hat einfach keinen Dampf. Einen Drecks CTF. Genau. So. Alles klar. Soll ich mich noch verkeilen hier? Alter, wollt ihr mich eigentlich alle? Scheiße. Okay, das fahr ich nochmal. Das kann wohl nicht wahr sein. Nervig ist das. Genau. Lass mich alle in Ruhe. Ich komm da durch. 1,6 Kilometer. Na, immerhin. Oh. Oh, 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 oh. Ah, das sieht aber gut aus. Halber Kilometer noch. Jetzt. Ja. Oh, Gott sei Dank. Wie viel Cash für die Tash? Oh, gut. Das war gut. Das war gut. Ja. Ach, mal kurz. Micha. Hallo. Scheiß schweres Level. Das hat so lange entholt. Oh, oh, oh. Oh, oh. Leave me alone. So, ich hab immer Vorfahrt. Oh, das war doch schnittig hier. Mein Gott. Oh, ein Bulle. Yeah, lass mich alle vorbei. Sonst seid ihr brei. Yeah. Oh. Oh, oh, oh. Das ist ein breiter hier. Aha. Ah, gut. Ich melde mich später. Machst du eh nicht. Dreckstück. Gucken, was noch so geht. Was haben wir noch so? Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Fahrzeugbeschränkung. Ah, hier haben wir Oshi nochmal. Gucken, wo die hin will. Aber nicht so weit. Hübsche Karte. Echt nett von Ihnen anzuhalten. going. Mmh. Mmh. Immer rum da, mit Vollgas. Keine Zeit hier. Keine Zeit. So, 800 Meter. 800 Meter. 400 Meter. Oh, das schaffe ich. Oh. Yeah. Perfekt. So geht das klar. So, was können wir jetzt machen? Ein bisschen optimieren hier das Spiel. Beschleunigung. Reine Beschleunigung, okay? Ja. Ja, ist ja gut. Jetzt muss ich halt mal irgendwo hinfahren. Hä? Sie fahren in die falsche Richtung. Bitte wenden. Ja, ist ja gut. Gucken wir doch mal, was hier los ist. Temporären Radarfalle. Mit dem Sch... Ah, das ist doch ganz nach meinem Geschmack. Was ist mit letztens erst passiert? Was ist mit letztens erst passiert? ... 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